Herzlich Willkommen bei Half-Life 2 und durch die Tür gehe ich nicht, das weiß ich noch. Ich sollte vielleicht, nein, hier, die, ach Gott, die Waffe hier verwenden. Krisch, 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 krisch. Ich könnte, ja gut, ist sicher, hier. Oh Gott. Oh Gott. Tschüss. Mann. Ja, passt ja. Habe ich alles so ein bisschen aufgeräumt. Äh, ja, ein bisschen aufgeräumt und bin tot. Schau mal, woher wir sind, Sektor 11. Wiederhole, Sektor überrannt. Ich hör doch, Sektor, die Turret wieder. Ach, da. Ja, ich erinnere mich. Ah, ja, 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 ja. Hat nicht so geklappt. Hat besser geklappt. Was war das gerade für ein Sound, bitte? Ähm. Guten Tag, die Herren. Eine Lokomotive. Hier ist doch so wiederkommen, dass ich dann hier... Ah. Okay, nein. Ich hab was anderes kommen sehen. Ist ja besser als erwartet. Ist ja hier wundervoll. Und ich entschuldige mich für den scheiß Schnitt. Letzte Folge. Hier geht's mir so ein bisschen den Weg um. Gut. Mann. Wer komme ich denn nicht raus? Ah. Ja, ja, komm her. Ah. Ja, ja, komm her. Mann, ich wollte auf die Fässer schießen. Hat's aber irgendwie nicht so geklappt. Jetzt mal hier hinter. Komm her, komm her, komm her. Hm. Hält mehr aus, als erwartet. Ah. Ich hätte nicht erwartet, dass er zu nah ist. Ja. War geplant. Also. Muss ich jetzt hier hinten durch? stecke ich hier fest, oder was? Mann. So. Muss ich hier lang? Ich glaube, ich muss hier lang. Ich schaue nochmal... ...da rüber. Weil da konnte man ja auch was machen. Okay, hier konnte ich nichts machen. Ich gehe wieder zurück. Das ist voll mies, dass ich nur in begrenzter Zeit sprinten kann. Ja, okay, ist im echten Leben auch so, aber... ...ich finde es trotzdem irgendwie schade. Ja. Ah. Ich mag da runter. Oh, 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 oh. War nicht geplant, hat aber auch funktioniert. Boah, weh, diese hässlichen Viecher springen wieder aus dem... ...Boden raus. Oh, 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 oh. Ey, woher hätte ich wissen sollen, dass die bitte runterfallen? Äh, gut, jetzt war... Ach, ist das eine Müllpresse? Scheint so. Da muss ich rauf. Du, wie? Komm. Hüpf, hüpf. Ja. Da, gut. Ähm. Tschüss. Wer zerquetscht? Das Viecher mit den Vorderbeinen rennt. Spätestens jetzt wäre ich tot. Juhu, ein Ladebildschirm, mitten im Fallen, das ist aber toll. Wird nicht richtig einen heftigen Fallschaden? Hm. Verflechtung. In der Müllanlage. Wo soll ich rüber? Links, rechts? Ich geh einfach mal hier runter. Und es wäre ein Fehler gewesen, wenn ich hier nicht da gewesen wäre. Alex! Alex! Ich hab dich gesehen! Ich hab dich langsam. Alex! Warum ist es jetzt runterküpft? Wie kommen wir jetzt... Was ist das? Lass uns gehen. Hm. Ah, okay. Boah, ich will auch so'n Ding. Bin ich jetzt eh fast durch. Wundert mich grad, dass... In Anführungszeichen schnell. Ja, doch, es ist... Eigentlich sag ich schon. Erstaunlicherweise schnell gegangen. Ich bin hier voll im Blindflug. Ab und zu wird ein Vodegon gefangen und liefert uns so Informationen. Aber wir kennen uns dort nicht gut aus. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Achtung! Mann, dann geh halt mal in Deckung. Scheiße. Hätte ich wissen müssen, dass es nicht funktioniert. Alter, was stellen die hier immer an, bitte? Was machen die? Voll Schlachthaus. Ja, gut. Hier drüben. Ach, da bin ich jetzt. War das nicht das am Anfang, wo dann der Typ war mit dem... Äh... Munter ans Werk, Mr. Frayman. Munter ans Werk. Da! Ist er das? Ne, das Ding ist leer. Da! Er ist unterwegs. Auf zum Treffpunkt. Hm. Ich geh schon mal in Deckung. Ist doch eh gleich wieder ein... Ha! Geschafft! Mir nach! Ja komm, du sagst mir nach und ich mach hier alles für dich, oder was? Mann, du stirbst noch, wenn du weiter so machst. Ah! Für die Schrotflinte. Warte. Da ist er! Hm. Na gut. Mal sehen, ob ich das aufbekommen kann. Krieg ich das schon? Wow! Das ist so wunderschön. Alter. Wie unmenschlich. Zu Fuß, würde ich mal sagen. Alles okay? Mir geht's gut, aber ihr? Ihr müsst hier verschwinden. Wir holen dich hier raus, Dad. Ich bin unwichtig. Rettet euch selbst. Wir verlassen dich nicht. Ich könnte das Combine-Portal umprogrammieren, sodass es uns rausholt. Bloß, wo könnt ihr hin? Ich sprach mit Dr. Kleiner. Sein Portal war fast wieder bereit. Wenn er es repariert hat, kommen wir dorthin. Wenn nicht... Schlimmer kann es wohl kaum kommen. Sieht so ein bisschen aus, dass da dann Feinde durchkommen. Hör auf mich. Geh, solange du noch kannst. Wir gehen hier nicht ohne dich weg. Interessant, wie die Dinger da immer rumgehen. Diese Autorität. Keine Sorge, Dad. Wir finden sie. Jetzt stecke ich dich erst mal zur Teleporter-Kammer. Das ist kein Lebwohl, Dad. Wir treffen uns dort. Das weiß ich auch. Ich treffe euch dort, ja. Die Autorität von ihr gerade. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Lass uns gehen. Ja, gut. Ah, ist niemand da. Ich gehe zur Sicherheitsstation zurück und versuche über dein Funkgerät mitzuhören. Warte, bis du mich hörst. Hey, pass auf dich auf. Soll ich jetzt hier warten und vorwärts gehen? Ich gehe einfach mal. Komm, jetzt noch mal her. Lecker. Mal sehen, ob ich dir den Weg freiräumen kann. Ich gehe auch nach Dr. Mosman um. Ich bringe da jetzt so weit wie möglich durch das Gefängnis. Dann komme ich nach. Mann. Moment, mal sehen, ob ich das Tor nicht irgendwie aufbekommen. Wäre nett, wenn du das machst. Sie schaut ein bisschen in die Kamera. Ja. Kann ich mich eigentlich hier reinglitschen? In Gary's Mod kann man sich in manchen Seiten nicht reinglitschen. Geht das hier? Ne, scheint nicht so. Gut. Was ist das? Ein Mehlsack. Gut. Ich glaube, eine Schrotflint ist da jetzt wirklich nicht so gerade das Beste. Komm ich da rein? Nö. Ist hier was drin? Auch nicht. Das haben wir gleich auf. Danke, wäre durchaus nett. Verdammt, es klemmt. Moment, ich habe eine Idee. Geh zurück ins Büro. Ins Büro. Ah. War der da schon die ganze Zeit? Ah. Ich frage mich, ob der da schon die ganze Zeit war. oder ich einfach nur zu blöd war, um den da anfangs zu sehen. Okay. Zu blöd war, um den anfangs zu sehen. Ach Gott. Es war gut, dass ich die Schrotflinsel in der Hand hatte. Erstmal wohl nachladen. Knie dich doch hin, Junge. Habe ich dreimal geschossen? Vorsicht, Roden. Da sind ziemlich viele Kommbahn-Sensoren in dem Gebiet vor uns. Hä, warum hüpfen die nie? Jetzt kenne ich die hier mal alle aus der Luft. Oder auch nicht. Komm, wir pferd. Ich frage mich, sterbe ich, wenn ich da jetzt runtergehe? Also, ich meine wegen dem Laser. Ich will da irgendwie ungern runter, wenn die Viecher da rum... Gar nicht. Ach, wie weit das denn geflogen ist, bitte. Komm doch her. Komm her. Komm her. Ich will keine Munition verschwenden. Komm her. Komm her. Und nochmal. Komm her. Easy. Wetten, ich bin gleich tot, wenn ich in den Laser reinfalle? Ah. Toll. Wow. Panzerung habe ich tatsächlich bekommen. Ich will aber keine Panzerung machen. Das da. Ich bin sofort... Ich bin sofort tot. Oh, schau auf den Bildschirm. Schau auf den Bildschirm. Schau auf den Bildschirm. Ach, Mann. Kann ich hier nicht? Ich sollte diese Combine vielleicht zuerst irgendwie versuchen zu töten und dann versuchen die Mine zu entschärfen. Sehne Nummer zwei. Komm her. Komm her. Du möchtest gern. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Komm her. Boom. Komm her. Ah, noch einer. Komm her. Du mein Alter, was muss da jetzt gerade sein? So. Jetzt bin ich auch nicht daran gestorben. Sekunde. Okay, geschafft. Erst mal kurz auschecken. Gut. Ich habe ein bisschen Decken. Ach, schau auf den Bildschirm. Einfach Granaten reinwerfen. Ah, ja, 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 ja. Guten Tag, der Herr. Jetzt schon irgendwas bringen meine ganzen Granaten, glaube ich. Und wenn nicht, ist der Boden auch mal durchgereinigt. Gut, hat sich durchaus nichts gebracht. Kann ich die eigentlich mit einer Granate hier wegtun? Ja. Ah. Aber bitte nicht auf mich schießen. Danke sehr. Ich habe den Schulflinter. Ich habe den Schulflinter. Wie zur Hölle hat der Typ das überlebt? Bitte. Eintreffer und ich bin sowas von tot. Hm. Äh, hier. Kann ich da eine Granate reinwerfen? Ich probier's mal. Ja, gut, das geht. Hm. Einfach weggesprengt. Gut. Guck, guck. Guck, guck. Mann, geh nicht wieder hin. Guck, guck. Ich hab ein Geschenk für dich. Noch ein Geschenk für dich. Guck. Und man sieht einen Turret durch die Gegend fliegen. Ist doch süß. Ich mein, wer will nicht zum Geburtstag eine fliegende Turret? Guck. 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 Das ist doch süß. Ach, hier. Hier war ich doch schon mal. Oder? Hier muss ich ja lang. Da ist jetzt noch ein Kontrollraum vor dir. Nein, da will ich jetzt aber nicht lang. Schau ich zuerst, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Hm. Jetzt bin ich hier. Gut. Ja, dann renne ich halt wieder da lang. Dann schau ich mir gerade, Bitch. Nein. Scheiße. Mit den Granaten muss ich noch irgendwie besser umgehen. Warte. Mann. Ich werde weg. Fuck. Fuck. Ja, hier. Nochmal neu. Irgendwie... Die Granaten fliegen nicht so. Alter. Mann. Ich brenne da jetzt einfach rein. Hier so. Da so. Also die Granaten hat das schon mal sehr gut geworfen. Was für Schiff denn? Was? Ah, z. Äh. Hä? Äh. Ah. Ich kann mich einhelfen und sie gegen den Feind einsetzen. Stell sie auf Kontrollraum Verteidigung. Warnung. Bösartige Vierenstelle entdeckt. Erfassen Kern und Programmierung entdeckt. Ich kann die Felder von hier nicht anfeilen. Ich komme zu drüben auf den Postort. Da kommen endliche Soldaten rein. Halt die Stellung, bis ich bei Ihnen bin. Jo, jo. Das ist... Ach, sie kommt jetzt auch mal wieder. Grüß Gott, die Herren! Hallo! Haha, haha! Ah, scheiße! Ja! Perfekt, die machen alles für dich! Ey! Ich glaube es hakt! Ein bisschen weiter vorne! Hier ungefähr! Ah! Tische wieder! Ja! 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 Ja!